Hallihallo mein Kochfreunde, willkommen zu einer kleinen Folge, nicht Skyfactory 2, ich bin nur auf der Map, weil ich da gerade Aufnahmesession gemacht habe und den Launcher gestaltet habe und ich das eigentlich als schöne Kulisse für so ein bisschen Talken finde und zwar habe ich ein paar Sachen, die ich so besprechen würde oder ankündigen wollte und zwar möchte ich ein paar neue Formate auf meinen Kanal bringen. Also momentan läuft ja nur Skyfactory 2 und Legends of Reckoning. Bei Legends of Reckoning habe ich gleich mal eine Frage, was ist denn an Legends of Reckoning so schlimm? Irgendwie bekomme ich da total viel Hate, ich habe irgendwie die Hälfte der halb so viele Dislikes wie Likes, das ist voll komisch und ich kann mir nicht erklären warum, denn das Projekt ist richtig geil und bei anderen YouTubern wird das auch richtig gefeiert und bei mir bekomme ich irgendwie Dislikes da drauf. Das verstehe ich irgendwie nicht, also wer sich das erklären kann oder wer mir das erklären kann, bitte mal in die Kommentare schreiben, dass ich das verstehe. Ansonsten, nein, ich möchte nicht auf Pitfort spielen, ich weiß auch, dass es da ein Update gab. Ich habe da auch seit dem Update schon mal drauf geguckt, aber so super toll fand ich das dann dort auch nicht. So, und dann zu den Sachen, was ich vorhatte, vielleicht als neues kleines Projekt zu machen und zwar einmal wäre es Lola, das ist ein Riesenschwein auf einem Schleim drauf, einmal wäre das die Sache, dass ich gerne solche fünf Sachen, fünf Dinge in Minecraft Videos, sorry, ich musste gerade gähnen, bringen würde. Also irgendwie so fünf Lügen in Minecraft, vielleicht auch solche fünf Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest, wie Spark of Phoenix das macht, aber vermutlich eher weniger. Ansonsten so mal ein fünf Lügen in Minecraft Video oder einfach mal irgendwelchen kreativen Scheiß, was überhaupt keinen Sinn ergibt, machen. Ich habe zum Beispiel mal belegt, ob ich ein Bottelflip Video in Minecraft mache, versteht ihr, weil halt die Flaschen eh immer richtig rumlanden oder irgendwas. Oder ich habe auch überlegt, ob ich so ein bisschen Gaming und Let's Talk mache, also so ein bisschen Politik, Quatsch oder was ich von verschiedenen Sachen halte, was ich über verschiedene Sachen denke. Wenn ihr sowas gut findet oder solche Vorschläge habt, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich habe jetzt nur mal so ein paar Sachen aufgelistet, was ich mal machen würde. Also einmal natürlich irgendwelchen kreativen Schrott, was vielleicht auch so ein bisschen Kritik noch hat, zum Beispiel, keine Ahnung, 1000 Grad glühender Eisenbarren versus Ofen oder sowas. Es gibt ja so einen schönen One Command von Dread Engineer, wo der auch sowas macht. Ja, oder halt Bottelflip in Minecraft oder mal so ein Trickshot Video in Minecraft, das wäre vielleicht ganz nice. Und ja, ansonsten so ein paar Special Videos, was vielleicht ganz cool wäre. Oder halt, beziehungsweise uns, solche Let's Talks, wenn ihr das gut findet, schreibt mir das mal. Beziehungsweise auch solche 5 Dinge in Minecraft Videos. Also, das war es eigentlich für heute. Ich wollte jetzt nicht richtig was aufnehmen. Ich wollte das nur mal ansprechen und auf euer Feedback warten. Wenn das gut ist, dann werde ich das mal machen. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Antworten, beziehungsweise Kommentare. Wir sehen uns, bis dann. Ciao, ciao. Eine Sache gibt es noch. Ich hätte übrigens auch Bock, mal andere Spiele zu spielen. Also, wenn ihr sagt, beziehungsweise ich habe auch noch anzubieten Assassin's Creed 3, was ich spielen kann. The Crew, das finde ich jetzt nicht ganz so gut, weil ich mich jetzt nicht so für Autos interessiere. Und League of Legends. In League of Legends bin ich jetzt eigentlich nicht so gut. Also, ich bin Level 10, glaube ich. Und, nee, warte, Level 7. Ja, genau. Ich bin gerade Level 7 und habe irgendwie erst 20 Matches gemacht oder so. Und bin da jetzt auch noch nicht so gut. Aber, das lässt sich ja verbessern. Wenn ihr wollt, dass ich mal so andere Games aufnehme, vielleicht auch solche Mini-Games. Zum Beispiel hätte ich auch übelst Bock, mal Deep.io zu let's playen. Dann kann ich das sehr, sehr gerne mal machen. Also, schreibt mir einfach mal eure Vorschläge, was ich mal machen soll, in die Kommentare. Ich wette das dann aus und werde dann ein paar Sachen davon machen. Also, wir sehen uns jetzt. Bis dann. Ciao, ciao. Diesmal wirklich.